Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Nachtrag meiner Vorlesung aus dem letzten Jahr, aus dem Sommersemester 2021 mit dem Titel Energie und Klima und das ist an der Universität Konstanz im Fachbereich Physik. Also jetzt wieder ein Special, ein Nachtrag, mehr als ein Jahr später, denn Energie, also Energiepreise, Energieversorgung, das Erdgas, das ist in aller Munde und das Klima ja sowieso. Und heute geht es in diesem Nachtrag als Resümee zweier Symposien, die wir im Mai und jetzt gerade vor einer Woche im September 2022 gehalten haben, als Resümee dieser beiden Symposien, um ein Resümee, um eine Zusammenfassung. Der Titel ist Energiewendeleit, ein Weg aus der Misere und was ich mit Misere meine, das werde ich gleich mal erklären. Aber zunächst mal nochmal jetzt am Anfang, vielen Dank an die Unterstützer, ich gehe in drei Tagen oder sowas, also was haben wir denn heute, irgendwas um den 28, 29. Also am 1.10.2022 bin ich im Ruhestand, was auch immer das heißen mag. Ich fühle mich irgendwie gar nicht wie Ruhestand, aber trotzdem, das heißt, ich habe diese 66 erreicht und jetzt bin ich im Ruhestand. Ruhestand heißt, die Unterstützung durch die Uni fällt weg und ich bin auf einmal Pensionär und lebe von Pension. Pension ist natürlich jetzt nicht so schlecht, aber einen YouTube-Kanal zu betreiben, ist da ungleich viel schwieriger. Und da gibt es also Leute, die mich schon seit geraumer Zeit, seit dem Ende der Pandemie, seitdem ich da also keine Unterstützung mehr kriege, von der Uni so richtig, auch für die zwei Mitarbeiter, die ich für den Kanal habe, die spenden also per PayPal entweder an Gerd-Edgante-Förder-Sea oder an die Uni-Adresse hier, die E-Mail-Adresse, die steht hier oder es gibt auch welche, damit die Gebühren vermieden werden können, direkt auf die IBAN-Nummer hier kann überwiesen werden. Und das machen die Leute und ich danke diesen Unterstützern. Es ist zwar nicht so, dass man da jetzt einen ganzen YouTube-Kanal von finanzieren kann, ja, also man kann nicht in Saus und Braus leben, aber es ist eine Anerkennung und ich freue mich da ganz ungeheuer drüber. Naja, und ich werde es natürlich weiterführen, wie man jetzt an diesem Video hier sieht. Ja, was ist die Misere? Die Misere, ja, also das ist keine Misere, sondern dass der deutsche Grüne Umwelt und Wirtschaft, Energie- und Wirtschaftsminister, der Herr Habeck, der hier bei einem, ich nenne es mal Ölscheich, vorspricht und um Erdgas bittet, weil durch den Ukraine-Krieg wurde ja der Gashahn aus Russland zugedreht, das ist ungefähr die Hälfte des Erdgases, was Deutschland bezieht. Und ohne dieses Erdgas, das ist also gigantische Energiemengen, also es ist nicht bloß der Strom, also Erdgas wird ja zum Beispiel für die Heizung von Wohnungen benötigt, das ist eben ein ganz wichtiger Energieträger und jetzt muss man in Deutschland sehen, dass man irgendwo anders Erdgas herbekommt und das kann ja zum Beispiel von Katar oder Saudi-Arabien oder ähnlichen Ländern mit so Gastankern kommen. Aber es ist natürlich ein Eingeständnis, dass trotz 20 Jahren Energiewende das Land Deutschland gar nicht energieautark ist, also ohne Fossile auskommt, überhaupt nicht, es geht gar nicht, sondern es werden Notmaßnahmen ergriffen, weil nur einer der fossilen Energieträger, das Erdgas, ausgefallen ist. Ja und das ist Folge davon und das trifft glaube ich ganz viele Leute auch, in der Schweiz steigt der Erdgaspreis ins Unermessliche. Das ist hier so ein typisches Diagramm, was man überall im Internet findet, das hier ist von www.finanzen.ca, da kann man also den Börsen-Erdgaspreis, das ist nicht der Preis, den man da selber als Kunde bezahlt, sondern der Börsenpreis und der ist hier in den letzten Monaten seit Ende 2021, natürlich im Verlauf des Jahres 2022 hier um das X-Fache gestiegen. Also das Heizen und vor allen Dingen auch die Prozesswärme für die Industrie, das wird viel mehr. Also eine Explosion der Gaspreise. Und dann haben wir natürlich, noch viel schlimmer will mir erscheinen, eine Vervielfachung, so zumindest einige Pressemeldungen in der Schweiz und in Deutschland des Strompreises, hier in diesem Bild aus dem Berliner Kurier, sehr illustrativ, hier sieht man so einen 50 Euro Schein, der da aus der Steckdose rausschaut. Also wenn die Kilowattstunde 1 Euro kostet, dann ist wirklich Schluss mit lustig, das ist exorbitant teuer und dann muss man darüber nachdenken, ob mit dem Strommarkt wirklich alles in Ordnung ist, denn das ist nicht der Wert des Stromes, der ist viel niedriger. Also krasse Strompreisexplosion, damit haben wir es hier zu tun. Das nenne ich Misere, weil viele Menschen können dann irgendwann mal die Stromrechnung oder auch die Heizkostenrechnung nicht mehr bezahlen und in der Folge werden alle Produkte, auch Lebensmittel, viel teurer, weil überall steckt ja Energie. Was ich jetzt im Folgenden näher erklären möchte, die Energiewende light. Ein Weg aus der Misere. Ein bisschen was Optimistisches mal. Hier sehen wir die beiden Poster oder Plakate für die Ankündigung unserer beiden Symposien. Also das erste im Mai 2022 im Hotel Steigenberger in Konstanz. Da ging es um das Problem. Da sollte also das Problem mit allen Implikationen, also Armut, Bevölkerungswachstum und so weiter, das sollte erstmal definiert werden. Da hatten wir allerhand auch prominente Redner, wie zum Beispiel Hans-Werner Sinn, der über den Nutzen der deutschen Energiewende darüber geredet hat. Und natürlich auch Herrn Ockenfels, Berater von Olaf Scholz. Da ging es um die internationale Zusammenarbeit zur Milderung der Klimaerwärmung. Das war also die Schilderung des Problems. Und dann das zweite Symposium, das war jetzt gerade mal vor einer Woche am 23. und 24. September im Kornhaus in Romanshorn. Also ungefähr 20 oder 30 Kilometer von Konstanz entfernt, aber in der Schweiz. Und die beiden Symposien sollten also so grenzüberschreitend sein. Das war die Idee. Beide wurden finanziert von zwei Unternehmern aus dem Thurgau. Und in diesem Symposium hier, auch wieder ungefähr 10 oder sogar 11 Vorträge, ging es um Lösungsansätze. Also zum Beispiel Wasserstoff oder Batterietechnologie oder auch Kernkraftwerke. Wie ist der Stand international denn da? Und da hatten wir also auch eine Menge Vorträge und auch sehr viele Teilnehmer. Es gab ein enormes Interesse an allen beiden Symposien. Und jetzt also das Resümee hinsichtlich einer wirklichen Lösung. Wie kommen wir denn aus der Misere heraus? Und das ist jetzt nicht das Resümee von all diesen Vortragenden und Referentinnen, sondern mein persönliches Resümee, was ich, der ich jetzt diese ganzen Vorträge ja moderiert habe. Ich saß immer vorne auf dem Podium mit, mit bei der Bühne und musste vorne sitzen, weil die Idee war, dass der Vorsitzende, der muss eben vorne sitzen. Da habe ich da immer vorne gesessen. Ich habe also immer sehr aufgepasst und habe alles mitgekriegt. Und jetzt versuche ich mal einen Weg aus der Misere, aus diesem ganzen Wissen, plus natürlich die große Vorlesung Energie und Klima, das rauszukondensieren. Wie kommen wir denn raus? Global. Also nicht bloß das Klimaretten jetzt in Konstanz oder in Romanshorn, sondern wirklich global denken. Ja, die Grundlage ist die folgende. Also es waren beide Symposien auf dieser Grundlage aufgebaut. Die Berichte des Weltklimarats, IPCC abgekürzt, sind das Beste, was wir haben. Wir sind also, und nicht besonders, also 100% in Übereinstimmung mit den Erkenntnissen der Klimaforscher. Ein Teil der Klimaforscher hat sich in diesem sogenannten Weltklimarat organisiert. Da gibt es die großen Berichte, die habe ich gelesen. Und das ist zum allergrößten Teil wirklich in meinen Augen verlässlich. Das ist richtig. Also der wissenschaftliche Teil, wo gemerkt, es gibt drei verschiedene Berichte. Also der wissenschaftliche Bericht ist vollkommen in Ordnung, ist die Grundlage der beiden Symposien. Wir hatten auch insgesamt vier Klimaforscher oder Klimatologen auf unseren beiden Symposien. Dann kommen wir aus der Wissenschaft raus in die Politik. Denn Angst, Angst ist das Werkzeug der Politik, der Religion. Religionen haben ihren Anhängern jeweils immer Angst gemacht. Wenn ihr das nicht macht, dann kommt ihr in die Hölle. Und der Medien. Die Medien kriegen ihre Auflagenzahlen hoch. Auch wenn sie ankündigen, dass demnächst irgendwie Florga zum Beispiel überflutet wird oder sonst was. Irgendwelche katastrophalen. So Ankündigungen in zehn Jahren passiert dieses oder jenes. Und das müssen sie immer übertreiben, weil sie dann eben mehr gekauft. Oder die Zuschauerzahlen im Fernsehen, die gehen hoch. Da wird also, ich glaube, vielleicht bewusst, auf jeden Fall unterbewusst, wird mit Angst gearbeitet, um Erfolg, um Zuhörerschaft, um Aufmerksamkeit zu haben. Die richtige Wissenschaft, also es gibt auch Wissenschaftler, die mit der Angst arbeiten, aber die richtige Wissenschaft in meinen Augen, meiner Auffassung, ist nicht für Angst, sondern sie muss gegen Angst, für Vernunft und für Sachlichkeit kämpfen. Und wenn euch da hinter meiner Kamera, wenn euch da ein Wissenschaftler Angst macht und sagt, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann geht die Welt unter, ja, dann habe ich so meine Zweifel, ob das nicht doch eher ein Politiker ist als ein Wissenschaftler. Wissenschaft kämpft für Sachlichkeit und Vernunft, schon immer. Wir haben ein herzliches Problem, Grundlage der beiden Symposien, aber es ist nicht existenzbedrohend. Wir werden nicht aussterben, jedenfalls nicht an der Klimaerwärmung. Vielleicht sterben wir an was anderem aus. Wir haben jetzt gerade eine Eskalation im Ukraine-Krieg. Also bisher in der Vergangenheit war es immer so, dass die wirklich fürchterlichen Dinge, das waren eigentlich nicht immer, es gab auch die Pest und sowas, das war auch ganz schlimm, also ein Virus oder ein Bakterium. Aber eigentlich sind es die schrecklichen Kriege. Der Mensch ist eigentlich der größte Feind des Menschen. Gut, aber das Klimaproblem ist ein wissenschaftliches oder sagen wir physikalisches Problem. Wir müssen das angehen, es ist ein großes Problem, es ist ein gemeinsames Problem in der ganzen Menschheit, aber es ist handelbar. Und wie, das will ich jetzt mal nach meinen Vorstellungen erklären. Ausgangspunkt ist die Definition von Netto-Null. Es wird ja immer gesagt, wir müssen auf Null. Und es heißt immer Netto-Null in den Medien, aber es wird nie erklärt, was ist denn nun eigentlich Netto-Null? Das erkläre ich jetzt mal. Netto-Null ist nämlich nur die Hälfte. Und das ist der Ausgangspunkt meines realistischen Weges. Ich nenne es Energiewende-Light, also auf eine leichte Art die Energiewende machen. Nicht mit dieser Verzweiflung von 5 Euro die Kilowattstunde Strom oder 1 Euro ist es, glaube ich. Sondern Light heißt, der Strom wird ein bisschen teurer. Es geht aber noch. Light basiert hier drauf. Wir müssen nur auf die Hälfte reduzieren. Unsere Atmosphäre ist eine Badewanne. Und was hier in der Badewanne zusätzlich neben den Hauptgasen Stickstoff und Sauerstoff drin ist, das ist eben dieses Treibhausgas Kohlendioxid. Und das entsteht aus der Verbrennung von Kohle, Gas und Erdöl. Und wir füllen da aus dieser Verbrennung jedes Jahr 35 Milliarden Tonnen CO2 ein. Das ist jetzt wirklich eine Menge. Und dann steigt der Pegelstand in der Badewanne. Und irgendwann ist die Badewanne voll. Das soll heißen, es wird so warm, also durch dieses viele CO2, zusätzliche CO2 wird es halt wärmer. Und wenn sie voll ist, das wären etwa bei 500 Parts per Million oder 0,5 Promille. Die Autofahrer kennen diese Promillgrenze. 0,5 Promille, dann ist es zwar nicht voll, man kann noch mehr einfüllen, aber es wird dann zu warm. Das ist die Idee. So, und jetzt heißt es, also zum Beispiel, man muss das jetzt auf Null reduzieren. Den Zufluss, der geht aber gar nicht. Also auf Null kann man den Zufluss nicht reduzieren, weil wenn ich jetzt hier rede, was atme ich denn aus? Ich atme aus CO2, weil auch ich und jeder Mensch ist eine Verbrennungsmaschine. Wirklich auf Null können wir das gar nicht reduzieren. Aber das ist auch gar nicht notwendig. Denn die Badewanne hat zwei Abflüsse und die laufen die ganze Zeit. Die sind einfach offen. Und das ist einmal die Landpflanzen. Ich habe es hier mal zusammengefasst zu Bäumen. Also alle Bäume, insbesondere auf der Nordhalbkugel, diese riesigen Wälder in Sibirien und Kanada, 10 Milliarden Tonnen verschwinden da im Augenblick. Und dann die Ozeane. Wir haben den Partialdruck an CO2 erhöht. Und dann passiert dasselbe wie in diesen Aufsprudlern, die man sich zu Hause in der Küche kaufen kann. Man kann ja selber Sprudelwasser machen. Da hat man eine CO2, das ist dasselbe Gas, Kohlendioxid, Druckflasche. Und dann hat man so eine Glasflasche, die füllt man mit Leitungswasser. Und dann kann man da dieses CO2 mit Überdruck reindrücken und dann sprudelt. Also sagt man einfach Sprudel. Und das machen wir jetzt auf der Erde auch. Wir haben diesen Partialdruck, also den Teildruck an Kohlendioxid. Also der atmosphärische Druck ist eine Atmosphäre und der Teildruck an CO2 ist ganz niedrig. Also es ist ja nur ein Spurengas in der Atmosphäre. Aber trotzdem, wir haben die CO2-Konzentration erhöht. Und jetzt gibt es einen Fluss netto in die Ozeane hinein. Ansonsten vorher war es im Gleichgewicht. Da kam genauso viel CO2, Treibhausgas aus den Ozeanen raus, wie reingeflossen ist. Beide Flüsse gleich. Aber jetzt haben wir den Partialdruck erhöht, also es ist mehr CO2 in der Atmosphäre und deswegen verschwindet für eine Weile, und das geht über Jahrzehnte, verschwindet mehr Kohlendioxid in den Ozeanen, als wieder rauskommt. Das heißt, die Ozeane und eben auch die Landpflanzen wirken netto, als Kohlendioxid senken. Und das hält eine ganze Weile an, das kann man sich überlegen. Es ist nicht so wie eine Mehrwertsteuer oder eine Einkommenssteuer, dass von diesen 35 Milliarden Tonnen hier die Hälfte abgezogen wird. Das ist ja bei einer Steuer so. Und wenn ich jetzt nur noch 10 Milliarden Tonnen einfüllen würde, dann würden eben nur 5 Milliarden Tonnen in den beiden Senken verschwinden. Das wäre eine Steuer. Nein, nein, es ist keine Steuer, sondern es ist ein Abfluss. Und die Größe des Abflusses, wie viel da abfließt, hängt nicht davon ab, wie viel ich einfülle. Und das bedeutet, das hat riesige Konsequenzen, das bedeutet, dass wenn ich hier auf 18 Milliarden Tonnen, also 10 plus 8, auf 18 Milliarden Tonnen reduzieren würde, dann bleibt der Pegel konstant, weil genauso viel zufließt, wie abfließt. Und das steht auch so im Bericht des Weltklimarats, auch im neuesten Bericht von 2022. Das ist so. Es gibt diese beiden Senken. Es kann man auch beweisen, warum das so ist und so weiter und so fort. Es gibt auch PEPAS zu. Es bedeutet aber, dass wir auf der Skala, wie diese Senkenwirkung anhält, und das ist eben über Jahre bis Jahrzehnte, also ziemlich lang, ist ein bisschen unterschiedlich für Bäume und Ozeane, wie lange das anhält, auf jeden Fall aber viele Jahre oder Jahrzehnte, hält das an, dass wir jetzt aktuell nur auf die Hälfte reduzieren müssen und dann würde dieser Anstieg eben sich bis dann zu Ende und der Pegelstand wäre stabil. Und wenn wir unter 18 Milliarden Tonnen verbrennen würden oder erzeugen würden aus der Verbrennung von Kohle, Gas und Erdöl, dann würde der Pegel sogar relativ flott wieder absinken. Und das ist die gute Nachricht. Ja, wir haben das sowohl auf dem ersten als auch auf dem zweiten Symposium diskutiert, auch mit den anwesenden Klimaforschern, die haben dem nicht widersprochen. Das wird aber nicht so in den Medien transportiert, was netto null ist. Netto null heißt global auf die Hälfte und wenn wir unter der Hälfte sind, dann sinkt der Pegelstand, also die CO2-Konzentration in der Atmosphäre relativ flott, also mit dieser Rate hier, 18 Milliarden Tonnen pro Jahr, würden dann verschwinden aktiv aus der Atmosphäre. Aber fürs Erste, um einen weiteren Anstieg der CO2-Konzentration zu verhindern, müssen wir nur um 50 Prozent reduzieren. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Ja, also hier nochmal, in meinem Vorschlag, Energiewendeleit, basiert auf der Definition von netto null. Wir müssen nur auf die Hälfte reduzieren, global, natürlich in einigen Ländern, die das können, müssen wir vielleicht mehr reduzieren, aber global jedenfalls nur auf die Hälfte. Und die Budgetmodelle, dass wir nur noch so und so viele Jahre haben und danach, also da gibt es ja Aussagen, dass wir nur noch sieben Jahre haben, und danach dürfen wir gar nichts mehr emittieren. Das ist falsch. Wir können langfristig über Jahre bis Jahrzehnte mindestens diese 18 Milliarden Tonnen pro Jahr emittieren und die Konzentration in der Atmosphäre würde nicht weiter ansteigen, weil unsere Badewanne zwei offene Abflüsse hat. Das ist die Basis meiner Energiewendeleit. Ja, und das ist sehr gut, denn, dieses Bild zeige ich immer wieder, wir haben in Europa und in Deutschland eine in meinen Augen fundamentalistische Diskussion. Fundamentalismus in meiner Definition ist, wenn man nur einen einzigen Punkt, ein einziges Dogmensystem, ein einziges Ziel über alle anderen Ziele stellt, und alles muss dem geopfert werden. Und das war über lange Zeit, jetzt mit der Ukraine-Krise oder dem Krieg, da hat es sich ein bisschen verschoben, aber es war über lange Zeit Klima. Alles musste dem Klima geopfert werden. Es gibt aber noch ein paar mehr Probleme, vielleicht nicht in Deutschland und vielleicht auch nicht in der Schweiz, aber in der Welt schon. Und da zeige ich immer diese UN-Folie hier, das sind die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Und das erste Ziel mit der Nummer 1 ist keine Armut. Es gibt Menschen, die sind so bitterarm auf dieser Welt, und das ist irgendwie so eine Milliarde, die scheren sich herzlich wenig um die Klimaerwärmung, die haben das Problem, morgen ihre Familie mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Zweites Problem, No Hunger, also kein Hunger. Drittes Problem, gute Gesundheit, eine Krankenversorgung, die haben meinetwegen eine Blinddarmentzündung, kein Arzt, dann stirbt man da dran. Und nicht erst in 100 Jahren an der Klimaerwärmung. Gut, aber das muss ich nicht immer wieder betonen. Dann hier zum Beispiel die Geschlechtergerechtigkeit, da kann man auch sagen, das ist ja nicht so wichtig, also Hauptsache Klima, das stimmt nicht ganz. Also die patriarchalischen Gesellschaften, wie zum Beispiel jetzt die Taliban in Afghanistan, da fallen wir zurück in eine, ja nicht Mittelalter, das geht noch weiter zurück in eine antike Gesellschaft, in der die Frau nichts anzumelden hat, und da gehen die Geburtenraten hoch. Und wenn die Geburtenraten hochgehen, dann haben wir ein gravierendes Bevölkerungsproblem. Und so weiter und so fort. Jetzt kann man hier gucken, wo ist denn das Klima? Das kommt ja hier in der ersten Zeile gar nicht vor. In der zweiten Zeile kommt es auch nicht vor. Es ist Nummer 13, da steht eben auch mal das Klima. Aber es illustriert hier diese 17 Nachhaltigkeitsziele, dass der Planet ganz viele Probleme hat. Und nur, wenn man diese Probleme ganzheitlich mit involviert, zum Beispiel die Armut, findet man zur Lösung auch des Klimaproblems, aber nicht durch ultra teure Energiepreise, weil wir ein Armutsproblem haben. Und wenn die Schweiz den Strompreis auf 1 Franken die Kilowattstunde hoch treibt, dann ist das ein Hobby von diesem 1.000. Der Weltbevölkerung war es ein Hundertstel. Wie viele wohnen in der Schweiz? 8 Millionen. Und wie viele wohnen auf der Erde? 8 Milliarden. Das ist ein Tausendstel. Ein Tausendstel der Weltbevölkerung schraubt den Strompreis auf 1 Franken. Also irgendwie absurd hoch. Ja, eigentlich der Wert liegt so bei 5 Rappen. Also 5 Pfennig oder 5 Eurocents die Kilowattstunde. Das ist der wirkliche Wert, jedenfalls von diesen Stromgestehungskosten, die man in allen Teilen zum Beispiel für die Solarenergie oder die Windenergie findet. Oder von mir aus auch 10 Cent. Aber 1 Franken ist absurd hoch. Und das kann ja kaum ein Mensch auf der Erde bezahlen. Dann ist das Ganze nur ein Hobby von einem Tausendstel der Weltbevölkerung. Das kann Deutschland sagen. Das ist ja viel größer. Was wir machen, ist viel wichtiger. Kostet 1 Euro die Kilowattstunde. Ja, das ist ein Hundertstel der Weltbevölkerung. Es spielt keine Rolle, was da passiert. Wenn es so teuer ist, dass es sich sowieso kein Mensch leisten kann. Weil das sind die Probleme. Wir müssen also einen ganzheitlichen Ansatz finden, der sich auch in Nigeria, in Pakistan oder in Bangladesch umsetzen lässt. Okay, und das ist meine Energiewende light. Gut, und das ist es. Das ist die Kernfolie hier. Also die Misere habe ich beschrieben in ein paar kurzen Folien. Dann habe ich den Ansatz beschrieben, dass wir unbedingt also diese anderen Probleme des Planeten berücksichtigen müssen. Und daraus folgt diese Energiewende light. Die richtige Energiewende ist, dass wir aus allen vier hier den großen klassischen Energien, auf denen also nach wie vor eigentlich die Wirtschaft und die Gesellschaft in den westlichen Industrieländern ruht und auch in den anderen Industrieländern, Kohle, Erdöl, Erdgas, die fossilen und Kernenergie, das sind die vier großen. Und die richtige Energiewende ist, da werden alle vier durchgestrichen, die gibt es einfach nicht mehr. Da hätten die LKWs auf der deutschen Autobahn keinen Diesel mehr. Was haben sie denn dann? Batterien? Nee. Und man müsste eben mit den Erneuerbaren alleine auskommen. Mein Vorschlag ist, dass wir ein bisschen Erdöl behalten, weil diese flüssigen chemischen Energieträger, Kerosin, brauchen wir jetzt fürs Fliegen und es wird auch schwierig für LKWs, das jetzt im Augenblick zu ersetzen. Vielleicht fahren die dann mal mit Wasserstoff. Aber wir können Kohle durch Erdgas ersetzen. Und warum das eine Menge bringt, das erkläre ich gleich. Also das wäre Erdgas als eine viel saubere Energie als das Erdöl und die Kohle. Also den größten Teil von Kohle und Erdöl durch Erdgas ersetzen. Der lange Weg Deutschlands, Ausstieg aus Kohle in und die Umstellung der letzten 20 Jahre unter Bundeskanzlerin Merkel zum Erdgas hin, das war der richtige Weg. Aus Klimaschutzgründen. Und warum es der richtige Weg war, das zeige ich gleich. Jetzt hat es natürlich ein Riesenproblem wegen des Ukraine-Krieges und weil der russische Präsident, naja gut, da will ich mich ja jetzt nicht drüber äußern, aber normalerweise wäre das der richtige Weg gewesen. Und es gibt genug Erdgas für 100 Jahre für alle Menschen auf der Erde. Es gibt genug Erdgas. Erdöl gibt es übrigens auch noch für 50 oder 70 Jahre. Da gibt es auch noch genug von. Aber Erdgas gibt es auf jeden Fall genug. Wir können also erst mal auf Erdgas umsteigen und diese 50% Netto Null erreichen. Und damit, das ist schon mal gut. Dann Ausbau der Kernenergie. Das geht nicht in Deutschland, das geht auch nicht in der Schweiz und in Österreich schon gar nicht und in Italien sowieso nicht, aber im Rest der Welt schon. Der Rest der Welt erlebt einen Boom in der Kernenergie, weil das ist die Energiewende light. Und es gibt neue Kernkraftwerkstypen, wo die großen Probleme der Gefährlichkeit der Kernkraftwerke und der Endlagerung tatsächlich in Richtung einer vernünftigen Lösung unterwegs sind. Natürlich der Ausbau der Erneuerbaren, diese Solaranlagen, die jetzt viele Leute auf ihrem Dach haben oder große Freiflächenanlagen, vor allen Dingen die Windenergie, die bringt eine Menge. Das macht Sinn. Aber es ist größtenteils nur Strom. Und Strom ist eben nur ein kleiner Teil dessen, was eine Industriegesellschaft insgesamt braucht. Aber der Ausbau der Erneuerbaren, der macht absolut Sinn. Und das geschieht auch in ärmeren Ländern. Zum Beispiel in Indien steht das weltweit größte Solarkraftwerk mit einer Fläche von absurden, also nicht absurden, beeindruckenden 50 Quadratkilometern und einer installierten Leistung von 2 Gigawatt. Und der Strom wird erzeugt dort, also steht in so einer Wüste, da scheint halt immer die Sonne, für, ich glaube, 3 Cent die Kilowattstunde, Dollar Cent. Also nichts mit 1 Euro die Kilowattstunde. Aber das ist dann eben in Indien. Ja, die können das. Und natürlich die Energieeffizienz, also den Wirkungsgrad verbessern, dass man also zum Beispiel von Glühlammen umsteigt auf diese LEDs, leite mit den Diodes, die verbrauchen viel weniger Strom. Solche Dinge kann man tun. Und die Gebäudeisolation, Gebäude in Deutschland, in der Schweiz verbrauchen, in der Schweiz nicht mehr so viel, aber in Deutschland ist 20 oder 30 Prozent der Primärenergie geht in Gebäude. Das kann man reduzieren, indem man die Gebäude besser isoliert. Aber nur so, dass die Leute vielleicht auch noch die Miete bezahlen können und dass sie nicht ins Unermessliche ansteigt. Das ist meine Energiewendeleit. Hauptpunkt ist Ausstieg aus der Kohle, vor allen Dingen aus der Braunkohle, Umstieg erstmal auf Erdgas. Jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber ich rede über die ganze Welt. In Deutschland ist es schwierig, wegen der Abhängigkeit vom russischen Erdgas, aber diese Krise wird auch nicht für immer anhalten. Also ich beschreibe hier einen globalen Weg, den alle anderen Länder draußen auch tatsächlich beschreiten. Und ich möchte darauf hinweisen, vor kurzem hat die EU-Kommission die beiden Energieformen, Kernenergie und Erdgas, als taxonomiekonform, das heißt als grüne, klimaschützende Energieformen, definiert. Also ich bin in Übereinstimmung mit dem Green Deal der EU. Ich bin nicht in Übereinstimmung mit der Politik in Bern, nicht in Übereinstimmung mit der Politik in Wien und auch nicht mit der Politik oder schon gar nicht mit der Politik in Berlin. Wohl aber mit der Politik in Brüssel, also der Energie- und Klimapolitik und natürlich in der UN. Global denken. Warum ist der Ausstieg aus der Kohle, insbesondere der Braunkohle, vernünftig und der Umstieg aufs Erdgas? Hier ist leider ein bisschen unscharfe Folie, das ist hier im Paper, ist schon ein bisschen älter, steht da irgendwo, von wann es ist, ich glaube 2007, aber die Zahlen sind ungefähr noch richtig, dass der CO2-Ausstoß von Stromerzeugungsmethoden pro erzeugte Kilowattstunde Strom und der Rekord ist die Braunkohle, die ist also super sputzig mit bis zu 1230 Gramm CO2 pro erzeugte Kilowattstunde Strom und das Erdgas, das ist hier der rote Pfeil, 410 bis 430 in God-Kraftwerken, Gas- und Dampf-Kombikraftwerke, die haben einen ganz hohen Wirkungsgrad und die erzeugen wirklich nur ein Drittel an CO2-Emissionen gegenüber der Braunkohle. Also der Umstieg auf Erdgas, den Deutschland so lange unter Frau Merkel betrieben hat und eigentlich immer noch hat, weil ein Teil, 50% des Erdgases kommen ja aus den Niederlanden und aus Norwegen, der ist absolut richtig und da muss man jetzt im Augenblick vielleicht auf LNG, also diese Flüssiggastanker umsteigen, aber es ist der richtige Weg und vielleicht beruhigt sich die Lage ja auch irgendwann wieder mit Sibirien, denn in Sibirien und auch im Nordpolarmeer, da gibt es jede Menge Erdgas und es ist der richtige Weg, ohne die Lebensgrundlage der Menschen zu zerstören, denn Erdgas ist eigentlich sehr preiswert. Und dann haben wir die Photovoltaik und der Wind, das geht ja nach unten noch weiter, da kommt auch irgendwo wo die Kernenergie, da kommt ungefähr kein CO2 raus aus diesen anderen Energieformen. Ja, also Ausstieg aus der Kohle, Umstieg auf Erdgas war der richtige Weg und ist es global auch immer noch, plus natürlich die Kernenergie und beides, Erdgas und Kernenergie, sind eben grundlastfähig und ziemlich preiswert. Sie erzeugen Strom, auch wenn es dunkle ist, auch wenn kein Wind da ist und das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht noch zur Kernenergie, die Welt setzt auf Kernenergie. Da haben wir fast keine CO2-Emissionen. Alles, was hier blau und grün ist, das geht eigentlich in Richtung Kernkraftwerke, vielleicht sogar neue Kernkraftwerke, insbesondere in China, werden neu entwickelt, auch in den USA ganz stark, unter der neuen Regierung vom Präsident Biden. Und hier nur ganz wenige Länder sind schwarz oder rot. Rot sind die, die Kernkraftwerke haben und aussteigen. Ja, da gibt es also auf der ganzen Welt nur so einen ganz winzigen roten Fleck und das ist so dann in der Meinung der Welt draußen sind da ziemlich exotische Länder, Deutschland, die Schweiz und Belgien. Ja, aber der Rest der Welt erlebt zur Zeit wegen Klima eben einen Boom in der Kernenergie. Das hier ist eine sogenannte Korrelation, ein Zusammenhang zwischen zwei Größen und es geht hier in diesem Bild konkret um die Armut und um die Bevölkerungszunahme. Der Planet liegt im Augenblick linear, also mit einer zeitlichen konstanten Anstiegsrate um ungefähr eine Milliarde Menschen alle zwölf Jahre zu. Es werden also immer mehr Menschen. Mehr Menschen brauchen mehr Wohnraum, sie brauchen mehr Agrarfläche und sie brauchen mehr Energie. Und wenn wir die Bevölkerungszahl auf der Erde nicht stabilisieren, dann haben wir meines Erachtens keine Chance, jemals die Umweltprobleme und das Klima ist dann nur eines von diesen Problemen in den Griff zu bekommen. Hier also eine Ursache für das Bevölkerungswachstum. Das kann man erkennen aus diesem Korrelationsdiagramm. Wir haben auf der horizontalen Achse das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das ist sowas wie der Wohlstand. Und hier ganz rechts sind Amerika und Deutschland, wo die roten Punkte sind. Also jeder Punkt ist ein Land. Es gibt ungefähr 200 Länder auf der Erde. Jeder Punkt ist ein Land. Und rechts sind also die reichen Länder. Okay? Und je nachdem, wie der Wechselkurs ist zwischen Euro und Dollar, sind die Amerikaner reicher oder die Deutschen. Zurzeit sind mal wieder die Deutschen ein bisschen ärmer, aber ungefähr reich hier. So, und auf der vertikalen Achse ist die mittlere Zahl der Kinder pro Frau. Das ist die Total Fertility. Das ist der Fachausdruck aus der Soziologie. Und wir sehen hier, also diese graue Balken, das ist die Korrelation, also der Zusammenhang, dass oberhalb einer bestimmten Schwelle, die liegt etwa bei einem Zehntel unseres Wohlstands, da gehen die Geburtenraten auf unter drei Kinder pro Frau zurück. Und eine stabile Bevölkerung wären ungefähr zwei Kinder pro Familie, beziehungsweise zwei Kinder pro Frau. Also zwei ist eine stabile Bevölkerung. Okay, und wenn wir jetzt zu ganz armen Ländern gehen, wo das pro Kopf, Voto-Inlandsprodukt weniger ist als ein Zehntel als in Deutschland oder den USA, dann gehen die Geburtenraten hoch hier. Und das sind diese ganzen Punkte hier. Da haben wir mittlere Kinderzahlen Kinderzahlen pro Familie von vier, fünf, sechs oder sieben Kindern. Jetzt kann man sagen, das sind nur ganz wenig Punkte. Ja, ja, nee, das sind nicht ganz wenig Punkte. Also es sind schon nicht so viele Punkte, aber in diesen Ländern leben eben sehr, sehr viele Menschen. Das trifft ungefähr zu für zwei bis drei Milliarden Menschen. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Armut und Bevölkerungswachstum. Und das trifft ein paar asiatische Länder, also Bangladesch zum Beispiel, aber es trifft eben auch die Länder südlich der Sahara, also Niger oder Nigeria und noch viele andere Länder. Und die sind einfach unvorstellbar arm, jedenfalls unvorstellbar für uns. Und in den Ländern südlich der Sahara, laut Prognosen der UN-Population Division, werden im Jahr 2100 ungefähr vier Milliarden Menschen leben. Jetzt leben da etwas mehr als eine Milliarde. Das geht gar nicht, weil so viele Menschen können diese Landfläche nach heutigen Maßstäben nicht ernähren. Das heißt, da rollt eine ernsthafte, ja, wie soll ich sagen, das ist eigentlich, ja, es ist eine Bombe oder ja, es ist also eine Zeitbombe. Es ist ein Riesenproblem, was überhaupt nicht diskutiert wird. Und es ist ein Problem von Europa, weil Europa ist Afrika benachbart und darüber wird nicht diskutiert. Es wird immer nur darüber diskutiert, dass wir jetzt also Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung ergreifen müssen. Und die Ursache dieses enormen Bevölkerungsanstiegs in diesen Ländern südlich der Sahara ist die bittere Armut. Aber es wäre relativ einfach, ja, also zumindest mal einigermaßen einfach, etwas dagegen zu machen. Ich plädiere für Wirtschaftswachstum, insbesondere in diesen ärmeren Ländern. Aber diese ärmeren Länder mit ihrer Wirtschaft, die hängen typischerweise an der Wirtschaft der reicheren Länder, weil es da einen Zusammenhang gibt. Und der ist eigentlich etwas Gutes, ist die internationale Zusammenarbeit. Und es liegt deswegen ein bisschen in der Verantwortung dieser Industrieländer. Und inzwischen gehören ja eine ganze Menge mehr Länder zu diesem Club der Länder, die eigentlich auch mal was hinkriegen, was geregelt kriegen, ja, dass man sich mit diesem Bevölkerungszunahmeproblem auseinandersetzt. Denn das ist eigentlich die Driving Force, also die Antriebskraft für die zukünftigen CO2-Emissionen. Also deswegen haben wir hier eigentlich zwei Probleme, die eng mit Klima- und Energieverbrauch verknüpft sind. Das ist Armut und Bevölkerungswachstum. Und nur wenn wir das alles mit berücksichtigen, mit einer globalen Sicht, gibt es eine Chance, vernünftig in die Zukunft zu kommen. Ja, und dazu braucht man Wissen. Und Bildung, insbesondere natürlich auch in diesen Ländern, die also weniger reich, also die ärmer sind, ist also auch schwierig für die Kinder in die Schule zu gehen und so weiter. Also Bildung ist ganz wichtig. Bildung ist Klimaschutz, möchte ich hier mal etwas provokant sagen. Und es ist eben ganz wichtig, auch in Deutschland, auch in Konstanz, auch in Romanshorn, dass man erkennt, dass es keinen Zweck hat, nur in Romanshorn oder Konstanz das Klima zu retten. Mit Methoden, die nur in diesen superreichen Städten anwendbar sind. Und dazu gehört eben Bildung. Und Bildung, das finde ich jetzt ein bisschen erschreckend, ja, auch meine eigene Universität Konstanz, die will jetzt im Winter eventuell zumachen, um Energie zu sparen. Ja, das ist irgendwie absurd, ja, weil Bildung ist die Grundlage, dass wir als Menschheit überhaupt mal in die Zukunft kommen, wenn man keine High-End-Bildung hat. Also keiner weiß, was ist denn CO2 überhaupt, ja, wo kommt es denn her und wie hängt das denn alles zusammen? Dann wird es auch keine Lösungsansätze geben, die das Problem wirklich lösen. Also das finde ich sehr traurig, dass also der Status der Bildung in Deutschland so niedrig ist, dass man tatsächlich die Universitäten, die verbrauchen ja gar nicht so viel Strom oder Energie, ja, also ist ja nur ein bisschen gegenüber der Industrie, dass man die mit als erstes zumachen will. Das finde ich also vollkommen daneben. Aber es gilt natürlich auch für die Länder draußen in der Welt und in so totalitären Gesellschaften wie in Afghanistan wird also ganzen Bevölkerungsgruppen der Zugang zur Bildung verweigert. Ja, was wir brauchen ist, und das ist vom ersten Symposium, da hatten wir einen sehr schönen Vortrag von Frau Vogt, oder ja, Vogt heißt sie, von der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung. Sie hat auf das Armuts- und Bevölkerungswachstumsproblem hingewiesen und hat das als Abschlussfolie hier gezeigt. Wir brauchen internationale Zusammenarbeit. Es hat keinen Zweck, ich wiederhole es nochmal, das Klima nur in Konstanz und Romanzhorn retten zu wollen. Wir müssen mit diesem, ich finde es ein super sympathisches Bild, wir müssen den Blick öffnen hinaus in die Welt. Und die Probleme der Menschen draußen, die denken auch was ganz anderes, ja, dass man nicht da so von oben herab rangeht, sondern mit diesen Menschen auf Augenhöhe versucht, gemeinsam dieses große Problem der Menschheit, die drei Probleme, Armut, Bevölkerungswachstum, Klima, Energieversorgung und auch auf ein vernünftiges Wohlstandsniveau zu kommen, dass wir das gemeinsam in Angriff nehmen. Ja, also meine Energiewendeleit, hatte ich schon gesagt, im Wesentlichen aus der Kohle raus und dann haben wir noch Erdgas und Kernenergie, global, das geht ja in Deutschland nicht, weiß ich alles, ja, aber jedenfalls global passiert es und es ist der richtige Weg. Und ich wollte hier mal positive Stimmung verbreiten, wir werden nicht aussterben, es wird auch nicht fürchterlich katastrophal werden, sondern die Welt draußen geht einen vernünftigen Weg, weil es der einzig vernünftige Weg ist, also durch die Randbedingungen. Aber die Folge davon ist, Gas ist auch eine fossile Energie, die 500 Parts per Million Grenze, 0,5 Promille, wie der Alkohol im Blut beim Autofahrer, wird wahrscheinlich überschritten werden. Wir sind jetzt bei 420 Parts per Million und es geht immer steiler eigentlich, sogar nach oben. Und es könnte Umkippprozesse geben. Das wird von einigen Klimaforschern vorhergesagt, dass ab einer bestimmten Erwärmung das Klima umkippt in ein superheißes Klima. Und dazu brauchen wir um die dann, also brauchen wir eine Notfallkühlung, ja, so wie bei so, ja, na, also eine Notfallkühlung und da brauchen wir eine aktive Kühlung. Und auch, wenn es wirklich drastisch zu heiß wird, auch ohne Umkippprozesse. Und der Vorteil ist allerdings, wenn wir dann vielleicht erst 2100 es schaffen, die Emissionen wirklich zu senken. Also erstmal werden sie wahrscheinlich noch ansteigen, weil draußen in der Welt werden eben sehr viele Kohlekraftwerke gebaut, in Indien und in China, und eben auch viele Gaskraftwerke. Und viel Gas wird verbrannt für Prozesswärme. Das wird auch noch mehr werden, weil die Weltbevölkerung weiter ansteigt. Aber, wenn wir es dann mit einer riesigen Zeitverzögerung, sagen wir 2050 oder 2000, nee, 2050 wäre ja sozusagen on time, aber 2100 erst schaffen, die Emissionen zu senken, dann sinkt der CO2-Gehalt relativ schnell wieder nach meinem Badewannenmodell. Es ist also nicht so, dass wir jetzt so viel emittieren, das bleibt dann so ungefähr für 10.000 Jahre in der Atmosphäre. Nein, wenn wir unter diese 50% Netto Null kommen, sinkt der Gehalt relativ flott wieder. Und das ist eine gute Nachricht. Es könnte also sein, dass wir nur eine sehr heiße Phase für einige Jahrzehnte durchlaufen, und dann geht der CO2-Gehalt wieder runter, wenn wir es dann endlich geschafft haben, aus dem Fossilen dann wirklich auszusteigen, und dann geht es wieder runter, die Temperatur sinkt wieder. Es könnte also sein, dass wir entweder für Umgebprozesse oder für einige Jahrzehnte sehr heißes Klima eine aktive Kühlung des Planeten brauchen. Und das ist etwas, was ich kommen sehe. Es könnte sein, dass wir über 2,5 Grad hinauskommen, und dann müssen wir uns was einfallen lassen. Und auf dem zweiten Symposium war ein Vortrag, da ging es um Aerosolkühlung hier, von Dr. Frank Keutsch von der Harvard. Ich wusste, dass es diese Methode gibt, ich wusste bloß nicht, wie weit sie fortgeschritten ist. Und Frank Keutsch hatte den Eindruck erweckt in seinem Vortrag, als würde das funktionieren, wenn sich die Weltgemeinschaft dann darauf einigt, dass man das machen will. Das ist natürlich ganz schwierig, weil bestimmten Leuten ist es ja nach wie vor zu kalt auf der Erde und andere haben andere Sorgen. Aber das ist eine Methode, hier sieht man die Aerosole, die also noch in der Stratosphäre das Sonnenlicht teilweise blockieren, damit es dann nicht zu heiß wird. Wir haben also eine Notfallkühlung, wenn es entweder durch eine zu hohe CO2-Konzentration oder durch einen Umkippprozess zu heiß wird. Es wäre also denkbar, dass das hier passiert. Wir schaffen es nicht rechtzeitig, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, also unter die Hälfte. Obwohl unter die Hälfte geht ja schon mal, das kann man noch hinkriegen, mit Gas zum Beispiel. Aber nehmen wir an, es klappt trotzdem nicht, weil die Weltbevölkerung immer noch wächst und so weiter. Aber dann könnte es sein, dass wir hier, das ist jetzt die Jahreszahl hier, dass wir bis 2100 dann hochlaufen auf drei oder vier Grad. Das steht zu befürchten, wenn es so ungefähr weitergeht wie bisher. Aber wir könnten ja sagen, gut 2,5 Grad, das ist jetzt dann wirklich zu warm und da schalten wir die aktive Kühlung ein. Das ist ein Eingriff in das Klimasystem der ganzen Welt, ein technischer Eingriff. Aber laut Herrn Goetsch scheint es bezahlbar zu sein und auch machbar. Und wir haben Klimamodelle, die die Auswirkungen dieser Aerosol-Ausbringung in der Stratosphäre tatsächlich berechnen können. Es scheint zu gehen. Also ich war vollkommen platt. Also ich war vollkommen überrascht über diesen Vortrag. Am Samstag, letzte Woche Samstag, hat er das erzählt. Einer der Vorträge auf dem zweiten 4P-Symposium und Frank meinte, oh, das geht schon. Aber es gibt natürlich juristische Probleme, wenn sich die Strömungsmuster ändern, dann haben wir vielleicht irgendwo ein bisschen mehr Wind, ein bisschen weniger Niederschlag. Aber es geht. Mit Aerosolkühlung könnten wir also den Temperaturanstieg blockieren für einige Jahrzehnte in dieser Zeit in die CO2-Konzentration, weil wir es eben nicht geschafft haben als Menschheit, die CO2-Emissionen zu reduzieren, rechtzeitig zu reduzieren, indem der Planet dann zu heiß werden würde. Wir müssten da die ganze Zeit aktiv kühlen. Diese Aerosole müssten ständig noch rausgebracht werden. Und wenn dann die CO2-Emissionen, weil wir dann andere Energiequellen haben, das werden wir haben. Es gibt neue Energiequellen. Also man muss da nicht verzweifeln. Wenn dann die Temperatur wieder runterläuft, dann können wir die Kühlung wieder ausschalten. Das wäre also nur eine, immerhin über mehrere Jahrzehnte, andauernde aktive Kühlung des Planeten, um diese Ultraheißphase, die jetzt zu kommen droht, wenn wir das also nicht hinkriegen, dass wir das hinkriegen. Also zwei Sachen. Erste Sache, Energiewende light, unter Berücksichtigung von Armut, Bevölkerungswachstum, Bezahlbarkeit und all diesen Problemen, dass die Menschen noch leben können. Dann haben wir Gas vielleicht als einen der überlebenden fossilen Energieträger und die Kernenergie. CO2-frei, aber mit den üblichen Problemen, also die man kennt, Entlagerungen und so weiter. Aber das kann man lösen. Daran wird gearbeitet. Wird es aber trotzdem zu heiß werden. Und für den Notfall haben wir diese Aerosolkühlung. Das wäre ein Weg. Aber nochmal, aussterben werden wir nicht. Jedenfalls nicht. Durch das Klima. Vielleicht durch andere Dinge. Aber auch nicht aussterben. Also ich meine jetzt einen Atomschlag oder sowas. Das ist viel schlimmer. Gut, also das wäre jedenfalls ein Weg der Technologie und der Naturwissenschaft und in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch neue Energiequellen finden. Das ist meine letzte Folie. Meine lieben Leute, also nicht in meinem Leben, sondern in diesem Vortrag hier. Die letzte Folie. Also wir brauchen Vision statt Dystopien. Wir brauchen Aufbruchstimmung. Wir müssen sehen, wir müssen uns aktiv dem Problem stellen und zwar nicht bloß in Konstanz, nicht bloß in Romanshorn. Ich erwähne die beiden Orte immer, weil da die beiden Symposien waren. Sondern mit dem globalen Blick sehen, dass es auch in Bangladesch oder in Nigeria anwendbar ist. Sinnvolle Maßnahmen im Inland, also in der Schweiz oder in Deutschland, ist erstmal Mitigation. Das ist die Reduktion der CO2-Emissionen. Das wäre Gas statt Kohle, Energiewendeleit, Kernenergie plus Erneuerbare, also der Ausbau der Erneuergaben, die Elektroautos und so weiter. Das gehört alles mit dazu. Das ist der richtige Weg. Aber es muss trotzdem so passieren, Leid, dass eben die Einkommensschwachen, die normalen Menschen, dass die noch alles bezahlen können. Also Verkehr hier, ganz wichtig, dass wir da umstellen. Gebäudeisolation, ganz wichtiger Punkt. Aber nur so, dass die Menschen die Miete noch bezahlen können. Also nicht um Gottes Willen, mit Gewalt. Also wenn jetzt so ein Politiker sagt, wir müssen das Klima retten, koste es, was es wolle. Sorry, den würde ich jetzt nicht wählen, weil der meint das ernst. Dann kostet das so viel, dass ihr nicht mehr leben könnt. Gebäudeisolation, kann man aber machen. Landnutzung, Bäume, Bäume sind wichtige CO2-Senken, die bitte nicht abholzen. CO2-Bepreisung, ja, ist okay, aber sozialverträglich, nicht 200 Franken oder Euro auf die Tonne. Dann können die LKWs nicht mehr mit ihnen Diesel rumfahren und für die Leute im Supermarkt werden die Lebensmittel unbezahlbar. Die EU-Taxonomie ist eine Maßnahme, ein Regulierungswerk der EU, um die Gesellschaften in Europa auf eine klimafreundliche Gesellschaft umzustellen. Finde ich grundsätzlich in Ordnung, aber auch hier gilt, die Grenzwerte und die Kosten nicht ins Unendliche zu treiben. Aber, ich sagte ja, ich bin d'accord oder in Übereinstimmung mit der EU in Brüssel, ein guter Ansatz. Aber wie immer, die EU übertreibt immer mit ihren Regulierungen. Ja, das sind so viele Regulierungen, dass es einem die Sprache verschlägt, aber der intellektuelle Ansatz ist okay. Das wäre die Reduktion und dann gibt es natürlich die Anpassung. Es wird sowieso wärmer. Wir werden vielleicht sogar die Zwei-Grad-Grenze überschreiten. Wir müssen uns also anpassen. Das kommt sowieso, weil, ja, es kommt einfach. Ja, da kann man jetzt zu Hause sitzen und sagen, nein, wir bleiben bei 1,5 Grad. Es wird aber einfach nicht passieren. Das heißt, wir müssen uns anpassen. Auch das sagt die EU. Hitzewellen, Starkregen, Dürren in Südeuropa im Sommer und der Wasserhaushalt. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist aber mit technischen Methoden handelbar, mit Vernunft, mit Bildung und natürlich global. Das ist eigentlich noch wichtiger, als die Maßnahmen im Inland. Bevölkerung stabilisieren, allen Menschen ein vernünftiges Niveau auf ungefähr einem Zehntel unseres Lebensstandards als Minimum zu gewährleisten. Das geschieht in Indien, es geschieht in China und in vielen anderen Ländern der Welt. Und das ist ein wichtiges Ziel und das müssen wir uns hier vor Augen halten. Steigerung des Lebensstandards, dann sinken die Geburtenraten von selber und natürlich eben Gender, also Geschlechtergerechtigkeit, das heißt die Gleichberechtigung der Frau. Auch das ist Klimaschutz. Kampf gegen den Fundamentalismus, Nutzung aller Energiequellen, also ohne ideologische Scheuklappen und für den Notfall müssen wir forschen an der Möglichkeit der Aerosolkühlung oder vielleicht gibt es noch andere Methoden, aber jedenfalls einer aktiven Kühlung des Planeten sollte es wirklich zu heiß werden. Das ist meine Energiewende light, steht da jetzt gar nicht mehr, Energiewende light, im Wesentlichen eben so eine Energiewende zu machen, dass die Menschen auch in den ärmeren Ländern, aber auch die weniger betuchten Haushalte in Deutschland und in der Schweiz noch leben können, ohne Hysterie, ohne Angst und wir werden nicht aussterben, jedenfalls nicht am Klima und für die Bildung. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.